so und damit herzlich willkommen zu wahrscheinlich das krankste mögliche was es im moment auf steam gibt ich meine man sieht schon wie behindert das ist lasst uns einfach mal ausprobieren mehr als mich danach umbringen die ist wahrscheinlich eh nicht dran am strand e-sports ich bin so tschüss ganz kurz ihr müsst euch mal die musik geben ist schon hart scheiße die musik können die alle ihr maul halten ich habe keine ahnung was man machen muss ich bin weg was hat der in den armen hat der da fucking aids oder was ich weiß nicht ob das ganze game ist sehr gut sehr sehr gut gut vielleicht verstehe ich das nicht vielleicht verstehe ich das auch nicht weil ich mir das nicht durchlese aber wenn ich mir so viel behinderten text durchlesen muss damit ich als die ganze als wenn ich hier nur klicken muss dann ist das game ja anders wenn ich gleich einen auto klicken und bin in level 9000 oder was ich bin gleich glaube ich wirklich jemanden um was wird das hier was erst erstmal will was wird das ich verstehe es halt einfach wirklich nicht ne was was soll das werden ah jetzt geht's ins gulag one way richtig ja bitte bring dich um bitte 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 oh das hört sich gut an also langsam reicht's auch ich bin jetzt seit sechs minuten lang in einem spiel ohne story wow ja komm ins gulag ah so sieht ein gulag aus oder das ist ein fucking gulag ihr seid behindert boah kann dieser teufel auf crack mal für sich verpissen gehen und der tue auch boah diese fotze bekommt gleich nur koppeln aus mir wie ist schild am on fucking steam make her short behind lol richtig so wir brauchen jetzt noch ein meme game ah wir haben nur fastlist oder ihr seid auch hier mit ok komm level 1 target mia teacher die hätte ich auch gerne als lehrerin ganz offen gestanden ganz kurz ist das das ganze game wir machen mal ganz kurz was vielleicht sehen wir ja noch ein paar menschies ich fand so mit jedem stern hier oben müsste die so ein bisschen weniger anhaben dann wäre es ein gutes game dann wäre es ein game was wirklich spielenswert wäre so richtig was ich dann halt suchten würde es hätte dann so keine ahnung ich habe 600 stunden oder sowas ein bisschen mehr an cisco würde ich innerhalb von zwei tagen wieder hinbekommen ja bei mir sind tage nicht also ganz kurz ich hätte einen extrem guten spiel vorschlag einfach die fängt schon nackt an und ab dem zeit ein stern kommt dann ein typ dazu wer sie fängt wäre das nicht mal einfach ein extrem gutes spiel dafür würde ich sogar wirklich den ganzen preis ausgeben aber ich glaube dann würde es die noch mal ein aber ich glaube dann würde es die noch mal ein aber ich glaube dann würde es die noch mal ein aber ich glaube dann würde es die noch mal ein aber ich glaube dann würde es die noch mal ein